Die Fußstapfen, in die Ruven Schröder als neuer Manager von Mainz 05 treten muss, sind riesig. Die Nachfolge von Christian Heidel anzutreten, ist kein leichter Job. Und ich glaube einfach, man sollte da gar nicht anfangen, irgendeinen Menschen zu kopieren, irgendeinem Menschen nachzueifern. In dem Sinne, ich habe so zu Christian gesagt, ich werde 100 Prozent dafür tun, alles dafür geben, dass es hier ordentlich weitergeht. Und dann kann ich in den Spiegel schauen und kann sagen, ich habe alles dafür getan. Ich habe ein tolles Team drumherum, die alle an einem Strang ziehen, die einfach Mainz erfolgreich sehen möchten. Das ist eine gute Basis. Und ich glaube, man sollte von Anfang an, auch für mich persönlich, dem Christian da in irgendeiner Form irgendwie das alles eins zu eins gleich zu machen, weil das wird ihnen nicht gelingen. Für 05-Präsident Harald Strutz passt Schröder perfekt ins Bild. Er hat den 40-Jährigen aus Bremen nach Mainz gelotst. Ich glaube, es ist natürlich schon, und so aus meiner Bewertung, auch aus den Gesprächen, die wir geführt haben Anfang Januar, eine besondere Situation sowohl für uns als Verein, aber auch, glaube ich, für Rufen Schröder gewesen. Auf der einen Seite diese Position einzunehmen als Sportdirektor und auf der anderen Seite natürlich zu wissen, dass mit Christian Heidel dann eine Person weggeht, die 24 Jahre hier die Funktion des Sportmanagers ausgefügt hat. Eine der ersten Aufgaben für Schröder war keine erfreuliche. Er musste den bevorstehenden Wechsel von Julian Baumgartlinger zu Bayer Leverkusen verkünden. Das ist natürlich für uns nicht gut, wenn so ein Spieler uns verlässt. Auf der anderen Seite ist es wieder eine Chance, im Team zusammenzurücken und eine Chance einfach auch wieder. Man hat all die Jahre, man hat einen Geist verloren, einen Okazaki verloren, einen Co. verloren, man hat mehrere Leistungsträger verloren und trotzdem, es ging immer weiter. Den Weggang von Baumgartlinger kompensieren und den Kader neu formen. Die nächsten Wochen werden für Rufen Schröder mit Sicherheit arbeitsintensiv werden.